bei dem projekt saturn beam hat es vor circa zwei wochen einen rug pull gegeben und wie es aussieht konnte sich das team mit sämtlichen einlagen die dort hinterlegt waren aus dem staub machen betroffen sind assets im wert von circa 10 millionen us dollar und scheinbar war das projekt von anfang an inklusive des ideas ein riesengroßer scan also leute natürlich habe ich in meinen letzten videos immer wieder gewarnt dass es riskant ist in ein ökosystem wie moon river so früh zu investieren dass die gefahr von scams und rug pulls da besonders großes und ich hoffe jetzt auch ihr habt euch irgendwie daran gehalten und ihr habt nicht allzu viel investiert und seid auch nicht allzu stark betroffen ja und auf der anderen seite weiß ich natürlich auch wie sich das anfühlt und egal wie klein der betrag ist den man auf diese weise verliert ihr habt auf jeden fall großes mitgefühl es ist immer ein richtig doofes gefühl wenn man auf diese weise reingelegt wird und auf diese weise seine assets verliert ich selber bin jetzt auch betroffen von dem rug pull ich hatte ja im letzten video eine stablecoin einlage bei oneswap gemacht und diese oneswap einlage dann in höhe von mehreren tausend euro bei saturn beam gestakt und naja das soll jetzt erstmal nicht so wichtig sein jedenfalls für alle die betroffen sind von diesem rug pull mache ich jetzt dieses video vielleicht hilft es euch ja wenn jemand so viele infos wie möglich zu dem thema zusammenträgt aber direkt vorweg gesagt so richtig richtig viel kann man eigentlich nicht machen denn es ist zwar so einiges in arbeit da draußen es gibt ein paar leute die sehr engagiert versuchen das ganze aufzuklären und die täter auffindbar zu machen aber momentan sieht es nicht allzu erfolgsversprechend aus aber wer weiß vielleicht kommt ja doch noch etwas gutes dabei raus so was kann ich also jetzt für euch tun in diesem video zu allererst geht es natürlich um den saturn beam rug pull und zwar hauptsächlich um die frage was ist da passiert was ist da genau abgelaufen und dann muss man als zweites auch auf jeden fall über die rolle von moonswap sprechen denn moonswap ist ja die plattform über die der ido von saturn beam gelaufen ist das heißt der sat token wurde gelauncht über das launchpad von moonswap und ihr ist es also wichtig mal genauer hinzuschauen wie hängt moonswap eigentlich zusammen mit saturn beam nächste frage ist natürlich was kann man tun wenn man betroffen ist und ich hatte es ja eingangs gesagt also so richtig viel machen kann man nicht es gibt nicht allzu viel hoffnung es ist da draußen von der community einiges in arbeit man versucht irgendwie rauszufinden wer jetzt hinter saturn beam steckt aber das ganze ist tatsächlich nicht wirklich von erfolg gekrönt bisher es kann natürlich aber sein dass sich das ändert dass noch irgendwas rauskommt und dann ist die frage wie erfährt man das wenn sogar es zurückkommen sollten wo bekommt man die und so weiter und da habe ich ein paar infos zusammengetragen ein paar stellen an denen man sich da schlau machen kann wo man am besten auch eine ganze weile noch am ball bleibt dann habe ich noch eine alternative zu saturn beam ausfindig gemacht denn wir haben ja auf moon river nicht allzu viele ich glaube sogar gar keine yield aggregators saturn beam war ja ein aggregator der das yield farming automatisiert und da gibt es jetzt ein neues projekt das auf moon river gestartet ist das aber auf anderen blockchains schon sehr etabliert ist wo also im grunde die möglichkeit eines scams und eines drug pulls relativ unwahrscheinlich ist natürlich muss man selber immer ein bisschen auf sich aufpassen aber diese alternative die bietet sich an wenn man also jetzt auf der suche ist nach einem yield aggregator auf moon river zusätzlich habe ich noch zwei kleine themen die ich hinten anfüge und zwar einmal moon swap ist ja für ich jetzt nicht mehr allzu vertrauens erweckend und deshalb habe ich mich nach einer alternative umgesehen ich möchte natürlich weiterhin auf moon river investieren von so einem rückschlag lasse ich mich nicht entmutigen es braucht nur einfach eine alternative zum moon swap und die ist jetzt ganz klar solar beam und auch auf solar beam finden idos statt die strategie hier war ja die ganze zeit jetzt in idos zu investieren um möglichst früh in projekte reinzukommen die dann am start sind wenn moon river sich etabliert hat die strategie mit den idos sie machen wir einfach weiter aber nicht mehr auf moon swap sondern auf solar beam da kommt jetzt ein ido der meiner meinung nach jetzt nicht allzu großartig ist aber es ist natürlich schön wenn man mal klein anfängt mit einem überschaubaren projekt und einfach jetzt mal schaut wie funktionieren idos auf solar beam und dann gebe ich noch eine kleine vorschau auf eine neue videoreihe die ich jetzt starten werde und zwar kommen ja jetzt am 11 11 die crowdloan kampagnen und die parachain auctions auf polkadot raus das ist meiner meinung nach eine riesen chance in das polkadot ökosystem sehr sehr früh einzusteigen und deshalb mache ich auch eine eigene videoreihe dafür das thema ist relativ komplex und es ist wichtig da sehr früh sehr gute strategische entscheidungen zu treffen deshalb fange ich mit dieser videoreihe hoffentlich diese woche an was genau ist jetzt eigentlich passiert bei dem saturn beam rug pull saturn beam war ja ein yield aggregator auf moon river und dabei ging es darum dass man also das yield farming auf anderen plattformen wie zum beispiel moon swap oder oder solar beam oder one swap automatisieren konnte und dadurch höhere erträge erwirtschaften konnte und deshalb haben die user zunächst einmal die jetzt betroffen sind bei moon swap ihre assets eingelegt hier in diesem beispiel eben usdc und die in einen liquidity pool der bei moon swap zur verfügung stand aber das ganze ist eben auch mit liquidity pools von solar beam und von one swap abgelaufen bei one swap das ist ja ein stablecoin exchange habe ich ja selber investiert und auch eine assets die bei one swap im liquidity pool waren bei saturn beam eingelegt und saturn beam hat dafür volks sogenannte volks zur verfügung gestellt das sind also quasi smart contracts in die man seine lp tokens die man also für die einlage im liquidity pool bei moon swap solar beam oder one swap erhalten hat die konnte man also in diese volks einzahlen und dann wurde dort automatisch das yield farming übernommen das heißt die rewards von moon swap zum beispiel der moon token oder bei solar beam der solar token die wurden also automatisch geharvestet wieder eingelegt in die entsprechende plattform und dadurch ergibt sich natürlich eine sehr gute zinseszinsentwicklung denn je öfter bei einer zinseszinsentwicklung verzinst wird desto höher ist letztendlich der ertrag das hat also saturn beam automatisiert über diese volks und zunächst mal sind also volks in der version 1 und in der version 2 rausgekommen und diese volks sahen zunächst einmal auch sehr sicher aus es gab da keine möglichkeit zumindest denke ich ist es so gewesen keine möglichkeit einen rug pull durchzuführen die einlage sah also zu dem zeitpunkt noch relativ gut aus und wenig später hat es dann eine migration des codes gegeben auf eine volt version nummer drei das war ungefähr mitte september und anfang oktober das ganze ist auch auf twitter groß angekündigt worden man hat dann irgendwie gesagt also wir migrieren jetzt auf v3 das ist ein riesen fortschritt weil das yield farming noch besser abläuft wir haben ganz viele code optimierungen vorgenommen und so weiter und dann gab es also nur noch die v3 volks und die leute wurden aufgefordert von v2 auf v3 zu migrieren also ihre assets zu entnehmen und dort wieder einzulegen und das haben die allermeisten auch gemacht beziehungsweise die leute die später kamen die also erst kamen als die v3 volks schon da waren die haben eben direkt in v3 eingelegt und leider war in diesem code von den v3 volks ein code anteil enthalten der es den den betreibern dieser plattform ermöglichte sämtliche assets aus diesem volt rauszunehmen dieser code war ein bisschen versteckt aber man hätte ihn durchaus finden können aber offenbar hat es nur wenige leute gegeben die das auch gefunden haben die haben das dann in den entsprechenden telegram gruppen von saturn beam gepostet die administratoren haben dann diese entsprechenden beiträge gelöscht so dass also die allerwenigsten davon mitbekommen haben und am 9 10 hat es dann diesen ruck pull gegeben wo quasi die betreiber sämtliche assets aus den v3 volks rausgezogen haben und dann verteilt haben auf verschiedene wallets unter anderem auf der beinen smart chain über any swap daneben rausgefolgt und über auf ethereum und natürlich ist auch einiges auf moon river verblieben wenn jetzt jemand noch mehr details zu diesem ganzen vorgang wissen will es gibt hier auf github einen artikel von jemandem der die ganzen infos zusammengetragen hat die es bisher gibt die adresse ist ein bisschen kompliziert um jetzt vorzulesen deshalb ist hier unten in der video beschreibung und in diesem artikel wird zum beispiel auch beschrieben wo die ganzen assets liegen die jetzt beim ruck pull geklaut wurden und dann gibt es hier auch noch eine technische beschreibung wie der ruck pull abgelaufen ist und so weiter und so weiter das ist eigentlich ganz interessant für diejenigen die da mehr infos brauchen und so ein bisschen technisch versierter sind unter anderem gibt es hier auch die smart contract adressen von den einzelnen volks auch die info die bekommt man ja nicht mehr weil die webseite von saturn beam ist weg das heißt es gibt keine grafische oberfläche mehr wenn man irgendetwas machen möchte mit den smart contracts die ja noch da sind aber die assets sind nicht mehr da nur die smart contracts sind noch da aber wenn man irgendwas mit den smart contracts machen muss dann findet man hier also entsprechend auch die smart contract adressen auf der block chain wenn man über den ruck pull bei saturn beam spricht muss man sicherlich auch über das projekt moon swap sprechen denn der sat token der token von saturn beam wurde über moon swap gelauncht in einem IDO und zwar über das sogenannte moon pad das ist eine plattform von moon swap über die IDOs durchgeführt werden und hier wurde also auch der token der sat token von diesem projekt aktiv beworben hier sieht man zum beispiel einen tweet der stammt vom noch vom 6 oktober also ganz kurze zeit wenige tage vor dem ruck pull wurde hier werbung gemacht dafür dass also jetzt das zweite projekt nämlich saturn beam hier auf dem moon pad gelauncht wurde und jetzt auf einem allzeithoch von 136 dollar ist soweit ich weiß ist es sogar noch auf 149 dollar hochgegangen drei fast 43 facher return of invest ihr glückwünsche an das saturn team und they keep on delivering und das hat sich ja nun wirklich überhaupt nicht bewahrheitet hier ist überhaupt nicht wirklich was delivered worden das ist aber noch nicht wirklich alles denn ich finde dass dieser ganze vorgang hier von moon swap sehr sehr schlampig gehandhabt wurde denn natürlich kann man erwarten von einem projekt das ein IDO für einen token macht dass da irgendeine due diligence stattfindet das überprüft wird ist das projekt seriös was ist das für ein team und so weiter das ist hier offenbar nicht wirklich passiert man ist sehr blauäugig an die ganze sache rangegangen und in der folge dieses dieser katastrophe dieses saturn beam idos in dem man ja in quatsch dieses saturn beam rug pulls in dem man ja durch den IDO auch eine entscheidende rolle gespielt hat hat man eigentlich erst mal beschlossen die ganze kommunikation total runter zu fahren und gar nicht zu reagieren zum beispiel hat es hier beim moon pad noch andauernd einen diesen saturn beam IDO gegeben als als werbung hier und es wurde nirgendwo darauf hingewiesen dass das jetzt ein wag pull war dass hier irgendetwas schief gegangen ist an dieser seite wurde eigentlich überhaupt nichts unternommen das ist jetzt gerade mal seit ein zwei tagen dass hier also das heißt wir haben hier über zehn 14 tage quasi nichts hier war wirklich keine reaktion in der zeit und erst nach zehn 14 tagen hat man also den saturn beam IDO hier weggenommen viel besser wäre es natürlich gewesen dazu zu stehen und hier einfach ein hinweis zu schreiben dass es ein rug pull war genauso wie man hier beim moon farm also bei der farming plattform hier immer noch einen button hatte yield aggregator auch der ist erst seit ganz kurzer zeit seit zwei tagen verschwunden man konnte ja also immer noch auf yield aggregator klicken und landete dann bei saturn beam beides sowohl der moon das moon pad als auch das moon farm thema hier nicht allzu schlimm weil weder bei moon pad konnte man noch in saturn beam investieren also das ganze hat nicht nirgendwo hingeführt ist also sicherlich kein schaden dadurch entstanden wirtschaftlich genau wie hier bei dem yield aggregator button saturn beam ist ja weg wenn man darauf geklickt hat ist man auf eine seite gekommen die nicht mehr existierte hier kann also wirklich eigentlich nicht viel passieren aber es ist immerhin nicht besonders schön man hätte das hier entfernen müssen man hätte ihren hinweis schreiben müssen man sieht auch hier am twitter von moon swap da gibt es also tatsächlich hier nur diesen einen tweet diese eine tweet besagt jetzt also hier saturn beam das ist quasi kurz nachdem der rug pull passiert ist ein tag später saturn beam ihr habt hier 24 stunden zeit die kohle zurückzugeben ist ja alles traceable auf der block chain also man kann alles nachvollziehen auf der block chain und die ganze moon river community ist an dem fall dran eine total bescheuerte leere drohung die irgendwie sicherlich beim saturn beam team für einige lacher gesorgt hat denn da ist nichts hinter die naive idee dahinter war sicherlich dass das schon mal in der vergangenheit geklappt hat dass man also quasi den hackern die jetzt irgendwelche assets entwendet haben gedroht hat und gesagt hat wir kennen euch wir wissen wer ihr seid gibt die kohle zurück oder wir lassen euch aufliegen aber da war in der regel auch eine substanzielle bedrohung hinter für die hacker dass man also nachweisen konnte dass man die identität aufgedeckt hatte oder ähnliches und hier das ist einfach nur eine leere drohung ich weiß überhaupt nicht was die hier von erwartet haben dass sie von saturn beam jetzt die sachen wirklich wieder geben keine ahnung jedenfalls nicht besonders erfreulich das ganze und nicht besonders hilfreich und dann hat es später noch ein etwas sagen wir verschämten hinweis also ein retweet darauf gegeben dass das team von moon beans mindestens mal ein tool entwickelt hat mit dem man quasi einlagen die in den v2 contracts wo aber fast nichts drin war wieder zurückholen kann das hat man einfach nur retweetet und dann geht es hier ganz fröhlich weiter mit einem bolt swap airdrop mit dem man selber eigentlich auch gar nicht direkt was zu tun hatte das hat man sich dann auf die fahnen geschrieben und hier geht es wirklich nur noch um den bolt swap airdrop auf twitter ist sonst nichts zu saturn beam zu finden kein hinweis dass der rug pull passiert ist kein hinweis was mit den assets ist und so weiter man hat inzwischen die tokens die beim IDO noch übrig waren die nicht an saturn beam überwiesen wurden die später erst überwiesen werden sollten zurückgegeben an die leute die in den IDO investiert haben ich habe aber auch in meinem letzten video erzählt dass das ja nicht allzu viel war bei mir war es also unter einem einem moon river an wert also unter zwei dreihundert dollar die investiert wurden und ein teil davon ist zurückerstattet worden auch hierzu nichts im twitter account keine einzige meldung dazu das ist aber wohl offenbar tatsächlich passiert man hat also ein paar von diesen investierten tokens die man da bezahlt hat hat man wohl wieder zurückgekriegt was jetzt auch noch besonders merkwürdig ist sagen wir mal so in anführungszeichen das ist das also offenbar wie man hier jetzt im telegram channel von moon swap irgendwo nachlesen kann dass die treasury von moon swap nämlich also die tokens die zur finanzierung dieses ganzen projektes noch übrig sind dass diese tokens auch bei saturn beam eingelegt wurden dass also die das team von moon swap selber von dem rug pull betroffen war es ist inzwischen auch absoluter konsens in der community dass also moon swap und saturn beam zwei unterschiedliche teams sind dass sie also nicht unter einer decke stecken das ist also mehr oder weniger ausgeschlossen es war natürlich auch eine theorie und diese theorie wurde dadurch angefeuert dass also diese m swap tokens die bei saturn beam eingelegt waren wie durch ein wunder nicht vom rug pull betroffen waren und das liegt daran dass sie eben in einem v2 volt drin waren alle single assets pools also alle assets die nur aus einem token bestanden die nicht aus einer kombination von tokens bestanden wurden nicht auf v3 migriert waren damit also nicht vom rug pull betroffen und das hier mag irgendwie ein absolut glück glücklicher zufall sein man möge davon also halten was man möchte jedenfalls ist sind die assets die bei moon swap eingelegt sind quasi abgestürzt die menge der assets ist drastisch runtergegangen das vertrauen in dieses projekt ist komplett weg und aus dieser grube muss sich das moon swap team erst mal wieder herausgraben was kann man jetzt eigentlich tun wenn man von dem rug pull betroffen ist wie ich bereits sagte so richtig viel kann man nicht machen die assets sind weg die liegen in irgendwelchen wallets rum auf irgendwelchen blockchains also die hier im beinen smart chain und auf moon river die das team hinter saturn beam die scammer werden versuchen diese assets irgendwie rauszuholen die blockchains adressen die wallet adressen werden von der community beobachtet und eventuell schafft man es ja in dem moment wo die betrüger aus cashen wollen die irgendwie zu erwischen zurzeit sieht es aber nicht danach aus so es gibt ein tool von moon beams und auf dieser adresse hier auf dieser seite das werde ich auch unten verlinken gibt es ein tool das heißt so und hier kann man im prinzip die walls auswählen in denen man drin war und vorausgesetzt man war mit seinen assets noch in den v2 smart contracts nicht in den v3 walls sondern in den v2 walls was sehr 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 unwahrscheinlich ist dann hat man hier eine chance seine assets wieder zu bekommen probieren das einfach mal aus ich war in diesem one swap 3 pool drin wählen hier aus den pool und schickt das ganze ab und ich bekomme jetzt hier die meldung no luck sorry ist klar weil ich war da auch gar nicht in v2 sondern ich war in v3 meine assets sind also leider wirklich weg und betroffen von diesem rug pull aber klar ist es auf jeden fall mal ein versuch wert hier drauf zu gehen dann gibt es zwei telegram gruppen auf die ich gerne hinweisen würde und zwar gibt es einmal die saturn beam scam victim gruppe immer da auch mal ganz kurz rein die scam victim gruppe die richtet sich an all diejenigen die also diesem rug pull zum opfer gefallen sind hier kann man sich mit anderen leuten austauschen und ich muss ganz ehrlich sagen also diese gruppe hier die erinnert mich phasenweise an eine selbsthilfe gruppe denn hier kann man also quasi sein leid klagen und dann bekommt man von den anderen leuten in der regel ganz viel mitgefühl und fühlt sich also es soll wohl so ein bisschen so sein dass man sich dann nicht so alleine fühlt mit seinem elend aber diese gruppe wenn dann neue infos kommen und eventuell wieder ein möglicher verdächtiger auftaucht der hinter diesem ganz projekt stecken könnte dann verwandelt sich die selbsthilfe gruppe irgendwie in so einen meuchelnden lynch mob der irgendwie sofort daran geht diese leute zu foltern zu teeren zu häuten und sonst irgendwas und danach gibt es dann wieder selbsthilfe gruppe also eigentlich ist es teilweise wenn es nicht so ernst wäre es wäre wirklich auch witzig sich durchzulesen aber so richtig substanziell brauchbar ist das was hier zu finden ist nicht aber es ist sicherlich auch gut hier ab und zu mal rein zu schauen vor allem in die angepinnten nachrichten denn wenn neue sachen sich ergeben dann werden die hier auch gepostet und in den gepinnten messages findet sich also unter anderem auch hier ein jemand der also daniel puh hat hier irgendwie ein google form eine google ein google formular entwickelt wo man quasi reinschreiben kann was man verloren hat irgendwelche beweise rein dann auch irgendwie polizeiberichte oder sonst irgendwas und ich möchte zu diesem google form formular das natürlich dazu gedacht ist dann auch leute aktiv zu informieren wenn irgendwie neue sachen passieren eigentlich nur folgendes sagen so also hier ist dieses google formular ich wäre damit ein bisschen vorsichtig denn hier werden einige sachen gefragt die eventuell ein bisschen privat sind und die man vielleicht gar nicht preisgeben möchte also das ganze setzt voraus dass man einen google account hat und wenn man das mit seinem google account ausfüllt dann hat natürlich derjenige der dieses formular hier hat auch seine die ganzen google ids und kann also die in irgendeiner form weiterverwenden zudem soll man hier also die metamask adresse eingeben sodass also die leute dieses formular betreiben schon mal eine zuordnung haben google account zu wallet und wenn man jetzt also nicht ein eigenes extra separates wallet angelegt hat für den für die einlage bei saturn beam oder für den id o dann wird man natürlich darüber auch die gesamte transaktions historie einem google account zuordnen können davon möchte ich also von meiner seite erst mal abraten ich würde hier eventuell nicht unbedingt mitmachen dann soll man hier noch screenshots von irgendwelchen pool einlagen und so machen ich meine als die frage wer hat die schon man soll noch schreiben wie viel soll man hat man verloren polizeibericht da stehen ja dann möglicherweise also das heißt möglicherweise sehr wahrscheinlich sogar die eigene anschrift und so drin denn die polizei nimmt ja nun auch die persönlichen daten auf wenn man das ganze anzeigt irgendwelche anderen dokumente und so weiter und so weiter also ja es muss jeder selber wissen wie er damit umgeht also ich persönlich mache das nicht weil ich hier zu viel preis gebe von meinen eigenen persönlichen daten eine weitere telegram gruppe die es gibt ist die saturn beam research gruppe gehen wir da auch mal kurz rein schauen uns das ganze an die saturn beam research gruppe hier gibt es auch einige angepinnte nachrichten beschäftigt sich im grunde jetzt damit mit den ermittlungen der community zu diesem ganzen fall und hier werden die informationen zusammengetragen hier kann man sich also über den aktuellen stand informieren es geht weniger darum hier also quasi mit sich mit anderen auszutauschen wie blöd der ganze rug pull war und so sondern es geht hier ganz konkret darum zu helfen dabei die möglichen täter ausfindig zu machen hier werden die informationen zusammengetragen und das ist etwas was dann auch in so mehr oder weniger professionelle hände übergeben werden soll weil es gibt hier irgendwie auch irgendwelche teams die sich auf darauf spezialisiert haben also ihr cipher blade und so in solche rug pulls und scams aufzudecken und das ist schon eher was hier würde ich ab und zu mal reinschauen und mich informieren letzte möglichkeit die ich hier noch irgendwie so biete wurde die ich anbieten kann ist zeigt den ganzen rug pull an wenn ihr einen schaden hattet bei der ganzen sache dann könnt habt ihr natürlich als eu bürger das recht auch eine anzeige zu erstatten gegen unbekannt es gibt von der europäischen union eine cyber crime unit ein cyber crime center das european cyber crime center ec3 und hier gibt es auch die möglichkeit report a crime also ein eine ein verbrechen zu melden beziehungsweise eine anzeige zu erstatten das ganze ist aber eigentlich nicht wirklich so gedacht dass man das auch wirklich tut weil man sie hier sieht report cyber crime online find out more dann wird man natürlich verwiesen was ja im eu recht auch so ist an die einzelnen länder man berichtet also man geht nicht direkt auf die cyber crime unit der eu zu sondern man muss anzeige erstatten bei der polizei das wäre hier in deutschland die deutsche polizei und dann landet man hier tatsächlich auf dem offiziellen portal der deutschen polizei mit den ganzen ländern weil ja polizei länder sache ist muss man also im prinzip sich an die polizei in nordrhein-westfalen zum beispiel melden oder in berlin je nachdem wo man sitzt und das ist also nicht besonders finde ich nicht besonders benutzerfreundlich gemacht weil man landet jetzt hier also nicht wirklich an der stelle wo man eine anzeige erstattet sondern man kommt wird irgendwie auf die polizeiseite verwiesen hier kann man auch dann zum beispiel nachlesen wie viel polizeimützen letztes jahr angeschafft wurden und ähnliches ist also nicht besonders hilfreich wenn ich jetzt mal auf nordrhein-westfalen gehe dann gibt es hier in nordrhein-westfalen tatsächlich die internetwache der polizei und hier kann man dann auch eine anzeige erstatten online und allerdings auch hier sehr sehr viel hinweis 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 auch noch mal verweis auf andere länder so nach dem motto bloß nicht selber was damit zu tun haben so anzeigenerstattung und so weiter also man soll die notrufnummer 110 wählen wenn notfälle sind finde ich auch irgendwie total richtig finde ich auch gut dass darauf hingewiesen wird dann kann man hier anzeige erstatten das ganze ist ein online formular wo man dann eben die ganzen daten abgeben kann ich persönlich habe mich auch dagegen entschieden weil man muss einfach überlegen um welche summe es geht man muss ein bisschen abwägen ist es einem das wert die ganzen informationen in dem aktuellen politischen klima wenn es um blockchain geht wenn es um krypto geht das ja nicht besonders freundlich zurzeit ist ob man diese informationen in diese hände freiwillig geben möchte jeder muss das für sich selber entscheiden natürlich hat man nur eine chance darauf dass es aufgeklärt wird von der polizei wenn man auch an eine anzeige erstattet das ganze hat eventuell auch einen steuerlichen aspekt weil wenn man hier also schon einen verlust gelten machen möchte durch diesen icl durch diesen rug pull dann braucht man sicherlich steuerlich auch belege und eine anzeige bei der polizei ist möglicherweise gegenüber dem finanzamt ein gültiger beleg dafür dass man von diesem rug pull betroffen war ohne irgendein beleg könnte man eventuell schwierigkeiten haben den verlust den man gemacht hat steuerlich gelten zu machen der saturn beam rug pull hat ja nicht nur einen wirtschaftlichen schaden angerichtet sondern es ist auch so dass tatsächlich die der einzige damals einzige yield aggregator für moon river verschwunden ist damit und auch eine entsprechende lücke hinterlassen hat und diese lücke ist jetzt zum glück wieder gefüllt durch die plattform autofarm und autofarm ist ein projekt das meines wissens damals auf der beinen smart chain vor etwa einem jahr gestartet ist und hier konnte man also auf beinen smart chain quasi das yield farming automatisieren es ist ein yield aggregator genau wie es bei saturn beam auch gedacht war und dieser yield aggregator autofarm ist also jetzt schon sehr wohl etabliert ist schon lange auf dem markt ist insofern ein sehr viel geringeres rug pull und scam risiko und tatsächlich auch jetzt auf moon river gestartet es gibt aber noch nicht allzu viele volks es gibt hier eben nur volks die sich mit der plattform solar beam beschäftigen das mag eventuell auch damit zusammenhängen dass moon swap zum beispiel hier nicht mehr so ganz gut gelitten ist man kann hier also nur mit solar beam arbeiten und man kann hier also seine p tokens die man auf solar beam bekommt wenn man dort eine einlage macht wenn man dort in liquiditätspool einzeit hier staken und bekommt dann hier tatsächlich noch ganz attraktive lpw ist nämlich 6,1 1000 also 6.100 prozent 83.000 prozent 3000 prozent bei den ersten drei pools und bei stablecoin pools immerhin 77 prozent das ist schon ganz ordentlich es ist allerdings auch hier immer noch mit risiko verbunden weil die moon river plattform ist ja relativ neu ich gehe mal davon aus dass autofarm die smart contracts die hier released werden dass die durchgetestet sind auf anderen plattformen dass auch das projekt etabliert ist also hier wird wahrscheinlich nicht allzu viel von autofarm her passieren aber es ist ja zum beispiel auch solar beam beschäftigt beteiligt an der ganzen sache und das bedeutet wenn bei solar beam irgendetwas schief geht dann ist man auch betroffen wenn man seine solar beam einlage bei autofarm gestakt hat insofern also auch hier nochmal der hinweis das ganze ist sehr früh das ökosystem moon river ist noch sehr jung man hat hier eine sehr hohe wahrscheinlichkeit dass etwas schief geht es müssen nicht ragpulls sein es müssen nicht hacks sein es können auch einfach nur bugs sein oder andere probleme deshalb ganz klar meine empfehlung klein anfangen bei den apy ist das relativ clever nicht viel zu investieren denn man hat ja einen hohen ertrag so wie sieht jetzt unser portfolio auf moon river zurzeit aus wir werden die plattform natürlich nicht verlassen sondern weitermachen ich hatte ja gesagt das gehört ein bisschen dazu wenn man so früh in einem ökosystem unterwegs ist wenn man so früh investiert das ganze ist sehr riskant jetzt hat es uns leider einmal erwischt aber davon lasse ich mich nicht entmutigen was haben wir jetzt hier noch wir haben bei neko finance eine einlage von einem ether hier das stimmt nicht also die liquidität von 100 ether ist hier tatsächlich definitiv nicht drin und der gesamtwert beträgt auch nicht 24.000 dollar das hier ist irgendwie so ein rechenfehler oder irgendwas ein bug oder so die apra von 124 prozent stimmt womöglich auch nicht genau aber dieser eine ether liegt jetzt hier in dem volt drin der ist für 45 tage hier eingelegt man kommt an die ich komme hier an den einen ether nicht ran für 45 tage die apr ist aber gar nicht mal so schlecht in den letzten sieben tagen sind ungefähr 671 neko zusammengekommen rechnen wir das nochmal schnell aus also 671 der aktuelle wert des neko tokens liegt bei 0,26 würde ich jetzt sagen also mal 0,26 sind 174 dollar die hier zusammengekommen sind in einer woche auf eine einlage von ungefähr der zurzeit ja 4000 dollar so viel ist der ether gerade wert da kann man eigentlich nicht meckern das lassen wir jetzt einfach mal weiter laufen geht ja auch nicht anders ist 45 tage eingelegt dann gibt es immer noch die einlage von 50 m swap tokens es sind 51 m swap tokens das war die voraussetzung für den id o für die teilnahme am id o und die laufen immer noch auch hier kommen kommt eine gewisse APY zustande darüber dass man also hier moon swap tokens bekommt die kann ich ja auch harvesten da sind fünf moon swap tokens zusammengekommen in den letzten sieben tagen fünf moon swap tokens sind auch immerhin 10 dollar das ist jetzt nicht so besonders klasse aber es ist in ordnung der m swap token ist etwas abgestürzt aber jetzt hat er sich schon wieder ein bisschen erholt ist schon bei 88 90 dollar und eventuell erholt sich ja dieses projekt hier es macht überhaupt keinen sinn hier jetzt sofort komplett raus zu gehen alles zu verkaufen auf dem tiefstand es gibt immerhin eine chance dass das ganze irgendwann noch mal auf die füße kommt zusätzlich dazu werde ich jetzt eine einlage von 500 solar beam tokens machen also ich werde 500 solar beam tokens kaufen das ist die voraussetzung um hier bei solar beam an id o teilzunehmen und hier kommt in den nächsten tagen ein id o das ist der das ist polka pad world was auch immer das ist das ist eine nft plattform mit einem speziellen ansatz und so weiter da gehe ich jetzt nicht darauf ein das wäre was für ein eigenes video ich werde hier auf jeden fall eine einlage eine investition machen und an dem id o teilnehmen weil die generelle strategie ist ja an so viel wie möglich teilzunehmen an id o's um hier tokens möglichst ganz früh am start in den anfangsstadium im anfangsstadium dieses ökosystems zu bekommen so bedauerlich das jetzt auch war mit dem rug pull das leben geht irgendwie weiter es tut mir leid wenn ihr jetzt davon betroffen wird aber wir müssen nach vorne schauen wir können uns jetzt nicht die ganze zeit mit dem euren rug pull aufhalten und es gibt wichtiges zu tun wie zum beispiel die polka dort paratien auctions die jetzt in 18 tagen losgehen nämlich am 11 november jetzt richtig los man kann die bedeutung dieser sache hier gar nicht unterschätzen denn nach langen jahren nach über vier jahren entwicklung ist es jetzt endlich soweit polka dort wird eine richtige block chain und es werden einige projekte auf polka dort starten und man kann hier sehr sehr früh teilnehmen sehr sehr profitieren davon dass man einer der ersten ist die polka dort ökosystem unterwegs sind und deshalb werde ich dazu eine videoreihe machen wir werden das moon river ökosystem jetzt eine kleine weile verlassen wenn es da irgendwelche sachen gibt wenn ich zeit habe auch dann werde ich da nochmal ein update zu geben sicherlich später auch nochmal darauf zurückkommen aber jetzt im moment es geht hier alles um das thema polka dort paratien auctions weil ich euch die chance geben möchte hier richtig gut einzusteigen darauf freue ich mich schon und bis dahin sage ich erstmal tschüss bis bald und bis bald